Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Hochwasser ist in Deutschland nichts Ungewöhnliches. Wer in der unmittelbaren Nähe von Flüssen wohnt, der kennt das Problem, wenn nach starken Regenfällen der Pegel der Flüsse langsam steigt. Wenn das so passiert, ist in der Regel auch ausreichend Zeit, für die Behörden Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und einzuleiten. Aber am Ende dieser Debatte ist festzustellen, dass die Starkregenfälle und die Unwetter der letzten Wochen mit einem normalen Hochwasser überhaupt nichts zu tun hatten. Die Katastrophe war nicht vorhersehbar, nichts war planbar und es konnten auch keine Vorsichtsmaßnahmen der Behörden eingeleitet werden. Weder die Verwaltungen noch die privaten Haushalte konnten rechtzeitig Vorkehrungen zur Abminderung der Wassermassen entwickeln. Innerhalb von wenigen Minuten haben sich kleine Bäche zu reißenden Strömen entwickelt und haben alles mitgenommen, was sich ihnen in den Weg stellte. In meinem Wahlkreis hat es am 29. Mai erstmals auch ein Todesopfer gegeben. Er war in seiner Garage, die sich so schnell füllte mit Wasser, dass kein Entkommen mehr möglich war. Wir haben es vorhin gehört, die kleine Gemeinde Braunsbach, 2.500 Einwohner, ein jährliches Gewerbesteuereinkommen von 300.000 Euro. Innerhalb von 15 Minuten sind dort Schäden an öffentlichen Einrichtungen und Infrastruktur von über 95 Millionen Euro entstanden. Die zusätzlichen Schäden an privaten Haushalten und Gewerbetreibenden konnten noch gar nicht ermittelt werden. Auch in Künzelsau, in der Gemeinde, wo ich stellvertretender Bürgermeister bin, sind Schäden von über 100 Millionen Euro zu beklagen. Die Menschen und die Behörden sind völlig unvorbereitet von dieser Flutwelle getroffen worden. Wir wissen aus den Gesprächen mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, selbst wenn sie gewusst hätten, dass eine solche Flutwelle die Gemeinde heimsuchen wird, wären Vorsichtsmaßnahmen wahrscheinlich bei dieser Höhe der Wassermassen nicht möglich gewesen. Ich freue mich, dass in dieser Debatte deutlich geworden ist und dass von keinem Redner bestritten worden ist, diese Gemeinden dürfen wir nicht alleine lassen. Wir müssen hier ausreichend Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Diese Gemeinden können diese Kosten und diesen Schaden nicht alleine tragen. In Baden-Württemberg hat gestern das Landeskabinett erste Unterstützungsmaßnahmen beschlossen. Die Infrastruktur dieser Kleingemeinde Braunsbach wird mit Hilfe des Landes zu 100 Prozent wiederhergestellt. Ich glaube, das ist eine gute Nachricht für den Bürgermeister, Gemeinderäte und die Bürgerinnen und Bürger. Aber auch die übrigen Gemeinden dürfen wir nicht vergessen. Da ist es hier auch angesprochen worden, die Gemeinden und die Bürgerinnen und Bürger fragen natürlich auch, wie kann der Bund trotz des Föderalismus hier direkt unterstützen. Um diese Diskussion anzustoßen, haben wir diese Aktuelle Stunde beantragt. Positiv haben alle Redner auch erwähnt, dass die Zusammenarbeit unserer Hilfsorganisationen gut funktioniert hat. THW, Feuerwehr, Rotes Kreuz und DLAG haben mit der Polizei und den Behörden ausgezeichnet zusammengearbeitet. Überall hören wir das. Hunderte von ehrenamtlichen Helfern, die sie bisher noch nie in ihrem Leben mit Katastrophenschutz oder Hochwasser auseinandergesetzt hat, zu den Einsatzorten geströmt sind und ihre Hilfe angeboten haben. Ihnen ist, glaube ich, am Ende dieser Debatte noch einmal ausreichend zu danken. Eine große Solidaritätswelle hat es auch bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern gegeben, die ihren Mitarbeitern freigegeben haben, wenn sie sich zum Hochwasserschutz und zum Aufbauarbeiten freiwillig gemeldet haben und die Städte und die Häuser und die Keller von Schlamm und Geröll entfernt haben. Ja, selbst die Flüchtlinge in ihren Unterkünften haben geholfen. Ich glaube, dass, wenn etwas zur Integration beiträgt, war dies sicherlich ein ausgezeichneter Beitrag. Und wir danken allen, die hier mitgeholfen haben, dies zu organisieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben auch deutlich gehört, diese Wetterphänomene sind zwar lokal, aber in Zukunft werden sie immer häufiger und wir beobachten sie auch bundesweit. Und deswegen sollten wir in den nächsten Wochen darüber diskutieren, wie wir auch auf Bundesebene hierauf angemessen reagieren. Und ich stelle fest, diese aktuelle Stunde hat sich für die Betroffenen gelohnt. Die Ministerin hat angekündigt, die Städtebauförderung in bestimmten Bereichen umzustellen, um den betroffenen Kommunen schnell und auch finanziell unter die Arme zu greifen. Eine Versicherungspflicht ist von Rednern aller Fraktionen heute hier angesprochen worden. und auch Zahlungen aus dem nationalen Katastrophenfahren wurden angemahnt. Wenn das so ist und wenn wir diese Punkte alle fraktionsübergreifend diskutieren und alle in die gleiche Richtung diskutieren, dann möchte ich uns bitten, lassen Sie uns möglichst schnell Nägel mit Köpfen machen, den betroffenen Gemeinden, Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern helfen. Dann hat sich diese Aktuelle Stunde gelohnt. Herzlichen Dank. Vielen Dank.